so servus freunde ja ich habe das dominik nerz buch gelesen gestürzt geschrieben von michael ostermann und wollte in diesem kurzen video soll nicht länger als fünf minuten gehen ja über über meine erfahrungen mit dem buch sprechen über meine erkenntnisse was ich so mitnehme und bevor wir auf diese kurze buchbesprechung kommen wenn ich finde das thema biografien im ratsport sowieso sehr sehr interessant und wenn ihr bücher habt die ihr den anderen zuschauern empfehlen möchtet dann packt sie bitte unten in die kommentare und ja die anderen zuschauer können sich jetzt für den sommerurlaub eure buchtipps reinziehen und gegebenenfalls dort ja was bestellen was für sie dann am strand oder wo auch immer von relevanz ist von meiner seite vorweg schon mal eine kleine benotung ich würde dem buch eine in schulnoten 1 minus 2 plus geben warte mal kurz krasser wind hier keine glatte 1 deswegen weil die person dominik nerz mich jetzt in den letzten jahren nicht so umgetrieben hat dass ich ständig darüber nachgedacht habe was jetzt mit ihr ist und sowas und mich jetzt auch nicht so eingenommen hat ich erinnere mich noch da an eine jan ulrich biografie ich krieg den auto gerade nicht zusammen des ratsports letzter kaiser das ding habe ich verschlungen wie nichts gutes und das hier war auch sehr sehr gut geschrieben es geht flüssig von der hand ich habe es glaube ich in drei vier netto tagen durchgelesen und das ist für mich dann auch ein zeichen dass mich das thema interessiert wenn ich länger als zwei wochen für ein buch brauche dann ist es irgendwie krampf und arbeit und das ging locker flockig von der hüfte und sehr sehr gut gemacht wenn ihr hier drumherum geräusche hört fluglärm straßenbahn etc das ist bergisch klappbach nicht der leiseste platz auf der auf der welt zug flug hier ist alles dabei fehlt eigentlich nur noch schiffsverkehr aber gut kommen wir auf das buch zu sprechen der michael ostermann fängt an im prinzip mit dem thema wangen kindheit von dominik nerz und für mich da interessant dass der dominik jetzt kein ich sag mal ja so großer fan war vom ratsport als solchem die tour de france sagte ihm recht wenig der dominik hat mit dem radfahren angefangen einfach aus bewegungsdrang es war für ihn ein geiles ventil um seinem bewegungsdrang herzuwerden und darüber hat er dann seine ersten rennen gemacht ist auch die ersten male auf die schniss gefallen ja und der michael ostermann hat sehr sehr cool finde ich gemacht dass er ja so einzelne kapitel in die den hauptstrang so integriert hat zum thema schmerz mit dem ersten sturz hatte dann ganz coole beispiele gelistet was radsportler radprofis vor allem für schmerzen erleiden müssen thema doping pipapo also da war das finde ich sehr sehr cool gemacht für michael ostermann ja dann springt er im prinzip zur u23 und hauptsächlich da zum farmteam von team milram damals im kt bereich es gibt ein paar ganz nette einblicke zur deutschen meisterschaft damals u23 wo der dominik gegen john degenkolb und so gefahren ist und das sind so die dinge die ich persönlich immer ganz cool finde bei solchen biografien so ein bisschen hinter die kulissen zu blicken das was man als normaler zuschauer als normaler fan halt nicht so gesagt bekommt der nächste hauptpunkt ist dominics profi einstieg beim team liquigas in italien und das ist so ein punkt wo ich sage okay da das da finde ich die person dominik nerz jetzt nicht so spannend vielleicht gehe ich auch dazu sehr von mir selber aus ich bin jemand der total wissbegierig ist und der dominik scheint sich in den ersten monaten da total gegengesträubt zu haben italienisch zu lernen kann ich so jetzt selber nicht nachvollziehen ich persönlich wäre ein typ der das dann gerne lernen würde ich erinnere mich an meine eigene studentenzeit da habe ich tatsächlich vokabelheft geführt als ich mal in frankreich ein praktikum gemacht habe da mussten mich meine schwestern abfragen weil ich so ehrgeiz hatte diese sprache zu perfekt zu lernen das gleiche im englischen ich habe in london studiert ja und da merke ich für mich selbst dass der dominik vielleicht nicht so mein typ mensch so ist aber ist auch okay ich glaube heutzutage spricht man wahrscheinlich dann mehrheitlich in den teams englisch aber dominik hat sich wie gesagt damals bei liquigas irgendwie nicht wohlgefühlt weil italienisch die teamsprache war und er wenig motivation hatte das zu lernen interessant ist an der stelle dass seine teamkollegen damals peter sagan waren und vincenzo nibali und jetzt wieder so ein bisschen mäuschen spielen schon interessant zu sehen wie der alte fuchs nibali wieder so seine leute führt und bezeichnend gibt es eigentlich den satz vom dominik merz für ihn wäre ich als helfer gestorben und das macht dann sicherlich auch einen geilen kapitän aus wenn er seine leute entsprechend führen kann bei kettle evans bei bmc später war das ganz offensichtlich nicht so der fall da ledert der dominik ganz gut ab ja was bleibt sonst sozusagen zu italien ja das gewicht war da ein sehr sehr großes thema dominik hat sich da nicht sehr wohl gefühlt wie immer mit der kalipper zange an den fett falten rum gespielt wurde aber das thema gewicht das wird dann immer größer mit fortlaufender zeit insbesondere jetzt beim nächsten team beim team bmc wo er dann gefahren ist und für das team hat er dann auch seine seine größten erfolge gefeiert bei der vuelta 2014 14. platz in 2013 und ein 18. platz in 2014 und das war dann auch sicherlich so vor allem 2013 der der punkt wo auch viele andere teams auch der ralf denkt dann später den dominik nerz auf dem zettel hatte das war mal wieder ein deutscher fahrer der mit der sicherlich das potenzial hatte in den top 10 einer größeren tour zu fahren und insbesondere hier 2014 ist es sehr interessant zu sehen wie der dominik ja mit dem kettel evans nicht zurecht kommt gibt ein paar interessante einblicke verrate ich jetzt an der stelle noch nicht ja das thema essstörungen wird wie gesagt immer größer beim dominik dreht sich eigentlich nur noch alles ums gewicht ich habe hier mal ein paar passagen markiert das ist jetzt schon jenseits vom team bmc das ist jetzt schon bei bora argon 18 damals vor allem ist nerz davon besessen gewicht zu verlieren er dreht seine trainingsrunden auf mallorca auf eigene kosten sogar im winter und erfährt eigentlich nicht grundlage er sein ziel ist es gewicht zu verlieren und da fällt er stundenlang quasi nüchtern und so und ganz cool nicht cooler ein ganz krasser satz selbst an den tagen an denen er regenerieren soll geht er joggen in der hoffnung noch ein paar gramm zu verlieren ich habe noch was notiert ja so was aber bei bmc so vom ostermann vom autor sehr interessant war ist diese verflechtung hinter den kulissen des ratsports und aus alten lenz armstrong biografien hat man noch so die namen ich hoffe ich spreche sie richtig aus ochowitz keine ahnung und andy reese vor augen das waren so auch die jungs die den lenz armstrong mit unterstützt haben mit groß gemacht haben ich glaube einer von beiden ist auch der trauerzeuge von armstrong oder der patenonkel von armstrongs ältesten sohn und die sind dann halt auch federführend beim team bmc wechseln wir die seite und kommen auf bora argon 18 zu sprechen und dort wird dann dominik nerz ja eine eine der ganz großen hoffnungsträger aber er kann um es auf den punkt zu bringen die erwartungen in ihn eigentlich nie erfüllen das frühjahr 2015 ist durchzogen von pleiten pech und pannen sein thema essstörung kriegt er nicht in griff und die verantwortlichen barbora wissen damit auch nicht umzugehen der enrico peutschke wird hier oft zitiert dass sie damals damit ja schlichtweg überfordert waren denn der dominik schien auch sehr wenig zugänglich zu sein um da irgendwie dem thema zu helfen und ja die essstörung erreicht im prinzip ihren höhepunkt in der zeit und um es auf den punkt zu bringen nach mehreren stürzen die dazu kamen es war eine verflechtung von unglücklichen umständen man erinnere sich an den grande pan utrecht 2015 da war der dominik sehr stark unterwegs da hat sich der lenker vorne beim zeitfahren gelockert und er fiel mal wieder auf den kopf ja aber ein ganz großes thema was glaube ich dem sehr sensiblen dominik nerz zu schaffen gemacht hat war das thema druck und einer seiner haupt anklagepunkte in diesem buch ist ja der öffentliche druck der auf ihn lastete durch den ralf denk wonach ein top ten platz bei der tour das ganz ganz große ziel war und der dominik sagt in diesem buch das war so mit ihm jetzt nicht abgestimmt ich habe mir eben noch mal ein paar artikel online durchgelesen aus der damaligen zeit und ich finde diesen satz so auch nicht wieder also ich finde in der tour einen satz von ralf denk dass der dominik ein kandidat wäre der mal um die top ten mitfahren könnte so wird es da zitiert andere artikel habe ich jetzt so nicht gefunden und nach der karriere sorry nach der saison 2016 ist dann auch die karriere vom dominik nerz beendet der körper hat keine regeneration mehr wie der michael ostermann auch in unserem podcast mit philipp gesagt hat er kommt aus dieser schleife nicht mehr raus mit magersucht regenerieren training das passt alles nicht mehr zusammen und schließlich beendet der dominik dann auch 2016 man kann glaube ich sagen einvernehmlich mit dem team bora agon 18 seine karriere das team aus raubling hat damals auch schon ganz andere pläne peter sagern wird verpflichtet für die 2017er saison bora hansgrohe heißen sie dann auch und ja zusammenfassend von meiner seite sehr sehr gutes buch also gutes bis sehr gutes buch in schulnoten für mich eine 1 bis 2 handwerklich von michael ostermann sehr sehr gut geschrieben es gibt sehr sehr interessante einblicke wie immer bei solchen biografien es kann für mich nicht ganz mit geschichten mithalten wie von tyler hamilton oder david miller oder auch der ulle biografie die ich dann neulich zitiert hatte für mich aber einfach weil die person dominik nerz da zu wenig bietet und ich denke der michael ostermann hat da schon alles rausgeholt ja nochmal wenn ihr bücher habt die die anderen zuschauer die ich mal lesen soll packt sie bitte unten in die kommentare gebt dem video den daumen hoch wenn es euch gefallen hat abonniert natürlich den kanal und hier drunter packe ich nochmal diesen grünen bobble über den ihr draufklicken den kanal ganz simpel abonnieren könnt ja dann wünsche ich euch einen tollen sommer ich bin die nächsten tage mal kurz bei der tour de france und wir sehen uns beim nächsten video danke und ciao und ciao